Hallo, ich stelle euch heute eine weitere Challenge vor. Dafür benötigt ihr nur einen Basketball. Ihr sollt euch auf ein Bein stellen. Und die Challenge geht folgendermaßen. Ihr dreht den Ball um euer Standbein und danach um euer angehobenes Bein. Danach wieder um euer Standbein und dann wieder um euer angehobenes Bein. Ein Durchgang ist, wenn ihr einmal um euer Standbein und danach um euer angehobenes Bein gedreht habt. Viel Glück! Viel Erfolg! Viel Glück!